Herzlich willkommen zurück. Heute sind wir in der Kirche Johannes des 23. in Neunkirch. Und ich darf heute die Orgel der Kirche vorstellen. Ein Instrument, meines Wissens aus den 60er Jahren. Ich habe gar keine ganz genauen Aufzeichnungen zu der Orgel gefunden. Ich darf dieses Instrument vorstellen. Es hat ein Manual. Und ja, hören Sie selbst, hört selbst, was sich da so raus ergibt. Auch heute werden wieder drei Stücke zum Klingen kommen. Sie werden auch wieder improvisiert werden. Und der jetzige Plan oder die jetzige Idee ist, dass es losgeht mit einem sehr sanften Stück. Ja, vielleicht spät, romantisch inspiriert. Mal schauen. Dann geht es weiter mit etwas Minimal Music. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Und abschließen möchte ich mit einem barocken Plenum. Ja, und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil, der in den USA aufkam. Das ist ein Stil. 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 Das ist ein Stil.